Das stimmt aber nicht. Obito war doch erst noch der... Obito war doch der 10 Chance in Churiki am Anfang und dann kam doch erst später Madara... Was ist das, fehlt was? Obito! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Die Märkken von der Märkken war gar nicht. Ich habe das nicht gelernt. Obito, was ich nicht weniger gelernt habe. Was ist das? Hä? Da fehlt doch Haufweise. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, das finde ich jetzt nicht so gut. Das finde ich jetzt so gut. ... ... ... ... ... Ich bin ein Zeug. Ich werde mit dem Ende der Schlussfolgerung anpressen. Ich bin ein Zeug. Das ist ... Es ist ... Ich muss mich ... Es ist eine große Herausforderung. Jetzt hat er es doch angesagt. Was? Das war doch etwas anderes, oder nicht? Ich bin mehr als verwirrt. Es tut mir wahnsinnig. Es tut mir leid. Soweit ich weiß, haben sie sich noch verstanden, als er ihn eingesorgt hat und als er fast besiegt wurde, wurde es halt sein geteilt. Aber mit S-Jungo was los? So mal sagen wir mal Wille. Fall haben wir auch freigeschaltet. Ein Raikiri durch Bord, ein Freund, ein Kampf in Zeit und Raum mit S-Rangewinnen. Na, Rannes? Äh, frei. Ja, genau. Weiter. Haben es nicht so viel geschafft, aber nicht so schlimm. Und, ähm... Jetzt kommt eine neue Episode. Mein Episode wahrscheinlich ist der Jinjuriki des Saints-Wanzingen. Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt. Der Hokage und Obito. Welcher Hokage? Das sind ja auch Hokage. Hokageception. Höh! Der Jinjuriki des Saints-Wanzingen. Entschleppagsch! Ich f- Sieh immer noch nicht. Ich habe schnell geschenkt! Ich f- Ich bin der Tatooin, der sich jetzt... Ich bin der Tatooin, der Tatooin von Shinn! Ich bin der Tatooin, Sasuke! Das ist doch... Der Tatooin von der Hochschule? Ich bin der Tatooin von drei. Saruki? Ja. Erstens. Die Sendai-Sama, die sich mit dem Schiff ausführen. Jetzt. Die wichtigste Sache ist, dass wir uns richtig verletzen. Mach's, Tobirama! Sarutobi! Oh! Interessen, in jeden Fall mit der Geheimtechnik. Die Geheimtechnik. ang대 Druko Scheiße 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 Scheiße! Ja, ist jetzt gut! Ach, Leute, es ist doch wieder... D.H.: B.H.: Nein, das war mit mir. D.H.: 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 nicht einmal getroffen so ein scheiß kleiner Feuerball-Putz. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr schlafen habe. Ich habe den Weg mit dem Gehirn gefeiert. Ich kann nicht nur den Gehirn auswählen. Omito! Ich wollte dich sein, dass du Hohka-Gehler bist. Warum? Ich bin wieder ein Wettbewerb. Es ist sehr langweil. Herr, du bist immer sehr langweil. Das war's für mich. In der Endeffekte, dass du den Weg in deinem Gehirn war, dass du ein Fehler hast. Du hast nicht geklebt. Du bist 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 okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wer von Konoha oder von Konoha oder von Konoha oder von Konoha. Oder von Obito. Ich weiß nicht, was du er Soll das nicht. Soll das nicht. Nichts, dass du nicht so gemütlich bist. Du hast nicht geholfen. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Ich bin schon wieder weggegangen. Aua! Okay, das weiß. Das gibt's doch nicht! Der dritte weicht aber auch jedes Mal aus! Ich hab auf jetzt jedes Mal auszuweichen! Super, schön! Ah, das war jetzt nicht ganz so geplant! Alter, Mann! Was ist denn jetzt los? Ja, Leute, es tut mir wahnsinnig leid. Ich versuche es. Oh, jetzt ist es im Ausrasten, wo es ist. Ich meine, guck dir das an! Danke! Jasmino war ja schlecht! Ich hab die gerade so noch bekommen wahrscheinlich, ey. Aber echt, hä? So, Vater, so ein krasse Krass, Alter! Du nix kannst machen, du Affe! Entschuldigung! Ich werde es nicht mehr zurückkehren, aber ich werde es nicht mehr schmerzen. Wenn ich alle mit den Wettbewerben kann, ich werde es nicht mehr so schwer werden. Ich werde es nicht mehr so schwer! Entschuldigung! es ist so erfolgreich was machte ich werde so ein bisschen ich alleine weiter auf gut zu Glück auf jeden Fall zum Kampf der Vorfahren spielen eine Wunde im Herzen schließen und das ist Kanzler vorfahren um wir sagen wir machen das doch direkt hier Spielzeit 6 Minuten was Strimanschlöckchen Schlucke Oh es geht direkt gebettel los nicht groß gerede interessant Einer ist mir jetzt egal ich mach einfach Pass mal auf ja ich würde das nicht so ganz korrekt was du machen ich brenne ja direkt reingerast Gipfel anleuchten als ob Gipfel anleuchten als ob und das war es das war easy das war easy das war easy das war easy jetzt das war aber da hat bis jetzt jeden Kampf gegen Hashirama verloren trotzdem battle der immer weiter ach Hashirama sei schon ja Hashi-La-Ma, du kennst dich das Schindle? Schindle? Ich habe noch keinen Grund für die Schindle. Ich habe noch nie mit dem Schindle, dass ich das Schindle war. Schindle hat sich nicht mit dem Schindle. Ich habe noch nie mit dem Schindle. Aber dann habe ich das Leben ein Jahr. Ich habe das Leben in der Schmuck. Ich habe das Leben in die Schmuck, aber ich habe das Leben in der Schmuck. Ich habe das Leben in der Schmuck. Die Frau ist der Name von Otsutsuki Kaguya. Das war der erste Schmuck. Ich habe ein bisschen mehr Chakra. Dann hat er sich als Chakra in ihrem Leben geflogen. Ich habe die Chakra geboren. Der Name ist ein Schraub. Ich habe ihn mit dem Geflogen der Technik-Präsidenten und konnte den Schraub so kennenlernen. Ich habe den Menschen mit der Karten zu treffen. Ich glaube, es ist ein Mensch, der sich in den Gehirn verletzt. Es ist nicht gut, was es für die Welt der Welt zurückgekehrt. Was ist das? Was ist das, was du gesagt hast? Ja. Aber es ist nur ein bisschen anders. Was ist das? Das ist alles, was hier zu erzählen. Was ist das? Was hast du gesagt? Das war's! Du bist! Das ist dein Weg. Es ist kein Wunsch für jemanden. Es ist kein Wunsch für jemanden. In diesem Zeitpunkt, ich sage es sicher, dass du mit deinem Leben erzählst. Du bist mit deinem Leben. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss war die Strafe und von dem Baum entnommen wurde und ja die falsche Lebensgeschichte so der veränderte Front geht 30 Minuten lang da ist es ja jetzt gleich die Stunde voll haben bedanke ich mich erst mal soweit fürs Zusehen wie immer schrottet alles in die Kommentare ansonsten sehen uns hoffentlich irgendwann mal online bis denn dann, tschau sie